Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was steht bei einem Moslem hinten am Rolli drauf? Islam. Der Montagswitz. Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Schaut mal auf mabacher.tv meiner Facebook-Seite vorbei. Und habt eine schöne Woche. Nicht vergessen, lachen macht lustig. So, ich hoffe, euch geht dann mal. So, ich hoffe, euch raus. Ich hoffe, euch geht dann mal. estable, ihr seid, ihr seid, ihr seid. Ich hoffe, euch seid. Ja, ich hoffe, euch seid. Ich hoffe, euch seid, ihr seid. Ich hoffe, euch seid. t